Die Linien müssen halten! Rodelkrieger zu mir! Dann haltet Männer! So, der eine Schleuderer muss noch bitte weg. Okay, wir kriegen wieder etwas Eisen. Da kommen wieder Dunkelelfen. Also ja, ich kann mich gerade nicht über die Erfahrungspunkte beschweren, die ich dadurch kriege, dass ich hier oben haushalten muss. Achso, ein Exekutor kommt auch noch. Linien müssen halten! Stand halten Männer! Einsatzbereit! Alles klar! Erwarte Befehle! Befehl verstanden! Schattenlegionäre, das sind alles... Der Schreckensritter ist ein bisschen härter und natürlich der Meister der Nacht. Oh, da kommen auch wieder Troll. Und ich habe vergessen, den Klerikern das Upgrade zu geben, deswegen sind sie auch so schwach. Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Das heißt, ich muss erstmal noch ein bisschen warten. Vorsicht, Gegner! Damit wir erst die Kleriker verbessern, bevor wir welche holen. Stand halten Männer! Hier bin ich! Bin unterwegs! Können wir hier noch eine heilende Hand in den Mund stellen? Wir werden angegriffen! Ärmel hoch und los! Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Zurück sind die Aria kosten recht niedrig von meinen Einheiten. De facto. Aber ja, Aria wird auch irgendwann noch wieder benötigt. Von da oben. Jetzt hätten wir gerade Ruhe. Neue Fähigkeit verfügbar. Allerdings brauchen wir jetzt noch Zeug. Und da kommen sie schon wieder. Sogar mit Schreckensrittern und Klingentänzern. Also wieder ein kleiner Großangriff. Also wieder ein kleiner Großangriff. Dort entlang! Oh, ein sehr großer Großangriff. Weil die Trolle kommen auch gleichzeitig. Das könnte Aua machen. Also wieder ein kleiner Großangriff. Sogar mit Schreckensrittern. Da sind die Oberfläche. Das ist auch noch ein kleiner Großangriff. Aber das ist ein kleiner Großangriff. Dann ist das noch ein kleiner Großangriff. schon auf dem weg und ja ich glaube nicht dass es kein problem ja im infinite spawn pack liegt das ist einfach wo er vor winter das ist jetzt so furchtbar ist aber hey wir können geben das zeichen gebiet sicher linien müssen halten bereit für den kaufen halten bleibt standhaft marschbefehl vorsicht gegner verstärkt die verteidigung rohnenkrieger zu mir das tut weh sie werden angegriffen bleibt standhaft verstärkt die verteidigung sie schlagen zu auf mein zeichen wir haben den paladin verloren bei dem angriff das ist nicht so schön oh zwei meister der nacht wieder ein kleinerer angriff also ja jetzt ruhig erstmal die kleriker und dann hole ich den verlorenen paladin linien müssen halten muss aber sagen das war sehr knapp also wir wären fast drauf gegangen rohnenkrieger zu mir Dann halten, Männer! Kronenkrieger zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen! Vorsicht, Gegner! Da kommen die Nächsten. Komm, Eisen! Wir spawnen, wir brauchen Kleriker. Die Linien müssen halten! Kronenkrieger zu mir! Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen! Vorsicht, Gegner! Der Schleuderer läuft weg. Der sollte aber demnächst wieder umkehren. Oh wow, wir haben ein bisschen mehr Eisen, aber immer noch nicht mehr. Kronenkrieger zu mir! Also ja, hier auf das Eisen zu warten, um eine kleine Armee zusammenzubauen, das ist sehr anstrengend. Vor allem jetzt hätten wir wieder etwas Ruhe. Ich muss nur hier drei Türme umgezogen kriegen, das reicht dann schon. Also jetzt ist der Kronenkrieger zu mir. Schreckensritter. Oh Mann, willst du mich veralbern? Oh, sehr schön. Das gibt dann fast das Eisen, was wir brauchen, aber auch nur fast. Okay, dann holen wir unsere Kleriker. Vorsicht, Gegner. Ich werde angegriffen. Vorsicht, Gegner. Ich werde angegriffen. Ruf die Wachen. Gebt das Zeichen. Befehlt verstanden. Vorsicht, Gegner. Ich werde angegriffen. Erwarte euer Kommando. Wir werden angegriffen. Gebt das Zeichen. Bin unterwegs. Sind auf Feinde gestoßen. Linien müssen halten. Okay, noch eine Welle. Und Dunkelelfen. Paladin. Sind auf Feinde gestoßen. Hier. Erwarte Befehle. Befehl verstanden. Erwarte euer Kommando. Marschbefehl. Einsatzbereit. Augen offen halten. Gebt das Zeichen. Jawohl. Bin unterwegs. Toll, jetzt müsste ich eigentlich noch warten, bis wieder Tag wird, weil sonst kommen noch die Lusschens dazu. Das ist ein Hinterhalt. Das ist ein Hinterhalt. Vorsicht, Gegner. Ohne ein Krieger zu mir. Gut, dann warten wir auf den nächsten Tag wenigstens noch. Da kriegen wir bis dahin auch noch... Bereit für den Kampf. Gebt das Zeichen. Erwarte euer Kommando. Bereit für den Kampf. Oh, sind die Trolle jetzt langsam ausgelaugt, was ihre Angriffe angeht? Ich hoffe mal. Ich hoffe es echt mal. 80 Holz, 50 Stein. Ja, dann pflastern wir hier alles Mögliche voll mit Türmen, auf das wir uns sichern. Die Linien müssen halten. Ja, dann pflastern wir hier alles Mögliche voll mit Türmen, auf das wir uns sichern.